jo leute willkommen zurück bei der party die donation beim letzten mal hatten wir aufgehört leute und wie ihr seht haben wir bandenkrieg so jetzt geht's weiter ich schaue mal gleich die karte was wir noch machen müssen ja ich muss doch diesen polizeichef finden so erstmal schau ich meine karte nebenaufgaben sind noch da das haben wir gekauft da drüben ich glaube ein lagerhaus fehlt mir und dann habe ich schon glaube ich schon alles ja wenn ich richtig sehe ja dann ist unser ziel hier diese kunios lagehaus den hol ich mir auch noch dann habe ich dann alle so ich gehe mal schon mal dahin was in der nähe ist ja perfekt danach mache ich auch trägt nebenaufgaben leute dann haben wir sowieso nichts mehr zu tun wir machen dann nur noch nebenaufgaben haben wir alles voll ich glaube immer noch nicht aber ich werde mal den peiten benutzen den pieten oder peter ach ja ich muss so ein api agenten finden ja dann fahren wir mal auch dahin aussteigen hilfe nur noch such mal weg die agrippen ja da kommen die schon sie sind genau vor hier rein oder das war nein die nicht sie kommen Ich pack mal hin, weil der Typ ja da gewinnen ist. Hey, wo ist der? So, das Ding ist, wo ist jetzt der Agent? Ist jetzt falsch gefahren? Oh man, hau ab, hau ab, hau ab! Warum ist das so, dass ich jetzt kein Geld mehr brauche und ich jetzt die ganze Zeit Geld bekomme? Irgendwie ist das komisch jetzt, warte. Wenn wir mit dir fertig sind, dann kenne ich deine eigene Mutter nicht mehr. Jo, ich töte dich gleich sowieso. Sie haben ziemlichen Wirbel gemacht, Mann. Meine Dienste werden nicht billig. Belästigen Sie eine andere Familie. Die Corleones tun keinem was. Klar, ein bisschen Druck auf die Familie ist für uns beide gut. So. Ich bekomme safe jetzt keine Flasche, ne? Safe. Wird jetzt sehen, Leute. So viel Glück habe ich auch nicht. Ja. Habe ich doch gesagt. So, ich nehme aber den Auto von denen. Boss, lass mich nicht hier! Ja, der kommt mit. So, wir gehen jetzt das Lagerhaus übernehmen. Aber bevor wir das machen, muss ich wirklich zurück zum Apartment, ne? Ja, wir müssen. Weil meine Lebensanzeige ist scheiße. Und wenn ich jetzt mit dem Lagerhaus anfangen würde, dann werden wir direkt sterben. Das ist das Ding. Was und ich? Ich brauche Hilfe. Was und ich? Ich brauche Hilfe. Aus dem Weg, bitte. Aus dem Weg, bitte. Ja, ich fahre falsch gerade. Da was muss. Wir brauchen Energieflasche. So. So. Wir haben das gemacht. Da haben wir nix. Ich wollte mal kurz nachschauen. Jetzt muss ich sowieso wieder fahren. Aber ist sowieso das letzte Lagerhaus. Hä? Wo ist das Auto hin? Wow. Hilfe! Hilfe! Was ist der denn? Was machst du denn? Habt ihr gut gemacht, Jungs. Ja, sollen wir den Taxi nehmen oder was? Alter. Nehmen wir das gleiche Auto nochmal. Was hat der denn für ein Vogel? Hat der seine Frau? Wollte sich seine Frau rumbringen oder so? Oder verhauen? Obwohl wir gerade jetzt seine Frau überfahren haben. Wollt der schneller, wenn die Läden gebar. Ich will schneller unterwegs sein. Kommt. 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 Beim letzten Mal konnte ich ja das nicht holen. Weil ich Idiot bin ja falsch gefahren, glaube ich. Deswegen konnte ich den Lagerhaus ja nicht nehmen und übernehmen. Und angreifen, besser gesagt. Ja, diesmal mache ich das. Wir haben Zeit. Boah, ich weiß doch hier, dass Sonny hier ermordet wurde, ne? Der wurde ja hier getötet. So, wie komme ich jetzt hier von hier unten rein? Habe ich einen Fehler gemacht? Anscheinend schon. So, jetzt sind wir richtig. Wir sind immer noch nicht da. Ja, die sind jetzt fast da. So, ich bin sowieso bereit. Ich glaube, ich muss die Waffe wechseln, ne? Wir nehmen den Dillinger, komm. So. So. Ich nehm' mal gleich die Flasche direkt, weil PFT-Leben ist weg. Ich muss aber auch passen gleich, ne? So, ich hab' die Flasche jetzt genommen, passen wir erst mal auf. Da ist jemand, ich warte erst mal. So. Hallo, den Anvisieren. Ich hab' ihn, Boss! Du hast den aber, hast den noch getötet? Du hast den nicht getötet, du warst Polly-Mod. Dann lach' dir noch ab, den Boss. Vom Wegen. Du hast den, ich hab' ihn nicht getötet. Du hast den, ich hab' ihn in der St. Du hast den, ich hab' ihn verletzt. Und ich hab' ihn verletzt. Und ich hab' ihn in der St. schon wieder mann kriegt egal das letzte ball sind erledigt feuer eröffnen ja muss gleich wechseln ja kommen wir machen das schon geht mit deckung wo ist er gekommen gaben motion sammeln geht immer geben wir mal von hier rein ich hab das doch gerade platzen lassen also das faden explodieren also ist explodiert das auto hier und jetzt wird er gespawnt komisch da ist jemand da hinten ist einer auf was schießt du mal ja genau muss zurück auf jeden fall wirklich scheiße leute ich muss nach oben habt ihr das gehört er kommt hier lang ja toll ich sehe die flasche nicht hier war eine flasche leute ja komm wenn wir sterben dann sterben wir aber pech da ist einer da draußen war jemand und der idiot ist einfach reingekommen egal wir gehen erst mal hoch ich mach mal ne pause boss hol mich wenn du mich brauchst reichte ja was ist denn nicht gefahren muss ich deutlicher werden komm reicht niemand schmuggelt etwas in dieser stadt ohne die coleonis am gewinn zu beteiligen der deal steht okay lass mich los alle illegalen geschäfte übernommen glückmund sie haben ein lagerhaus übernommen wow ja jo leute das spiel ist jetzt dann vorbei eigentlich nicht also wenn ich jetzt zu diesem ähm treffen gehe ist das dann vorbei leute das kann ich schon mal sagen so so eigentlich brauche ich das geld nicht aber ich nehme das trotzdem mit ähm zum treffen gehen wir noch nicht leute das wird würdet ihr ja gerne wollen dass ich zum treffen gehe und das war es dann aber dann ist das das finale und ich will das jetzt noch nicht weil ich will ja schon fast 100% spielen deswegen werden wir die nebenaufgaben erstmal machen und wenn wir alle nebenaufgaben fertig haben dann gehen wir zum treffen und das war es dann auch mit dem spiel weil dann sind wir der don von new york city und dann haben wir keine aufgaben mehr das war es dann aber bis dahin werde ich noch die nebenaufgaben machen natürlich deswegen so karte das können wir jetzt entfernen so und außerdem ist das ja hier drüben deswegen werde ich jetzt erstmal zum anwesen fahren und holen wir uns eine gefälligkeit aber ich darf jetzt nie wieder bis wir ach du scheiße wollen das war gerade mit 10 soll ich jetzt hier weiter bis wir genau alles hier erledigt haben dann können wir zu diesem apartment zu diesem hotel teleportieren und das war es dann ja sollen die doch kommen aber das Ding ist ja der kann doch von rechts schießen ne bei diesem auto yo mein auto ist mir wirklich gleich safe so hier hoch ne und dann können wir dann hier runter ja genau vorsicht hinter dir oh langsamer damit ich zielen kann ja genau wo ist denn unser rekrut egal wir lassen den einfach da der wird sowieso sporten deswegen so ich geh zum anwesen und hol mir den nebenaufgabe hat das gedauert vielleicht haben wir sie so der ist safe oben oder ist er hier drin guckt ist gespawnt leute hier bist du ach du scheiße michael was machst du auf dem boden so siehst gut aus mein freund danke du auch ja dann muss ich meine sorgen wohl gut verbergen die wahrheit ist wir haben probleme kannst du mir einen gefallen tun michael natürlich was kann ich tun erinnerst du dich an das verona warehouse die drehscheibe die du übernommen hast tom hat datalias arbeiter durch unsere leute ersetzt aber jetzt machen die typen die wir gefeuert haben ärger sie sind jetzt da draußen und streiken sie wollen ihre jobs zurück und sie reden mit der presse ich will nicht dass die presse in unseren angelegenheiten rumschnüffelt geht zum lagerhaus und bringen diese leute dazu den streik zu beenden oh man beenden sie den streik der gewerkschaft leute ich das kriegt einfach auf jedes mal jetzt muss ich zum lagerhaus wieder fahren ich warte hier was gerade habe ich noch eben gesagt jawohl gerettet da kommt kein lagerhaus mehr und jetzt noch mal wirklich was für ein scheiß So machen wir die aufgabe schon mal dann haben wir es hinter uns alles ja die kunios werden uns jetzt auch nerven aber ich muss jetzt noch ein links finden fbi baue ich habe gar keinen bock dahin wieder wo ist denn eigentlich ach so vor uns ist das okay Sollen die kunios dann mitkommen Nimm das arschloch los 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 Ich hab kein freies schussfeld Da sind wir Die Corleones bezahlen streikbrecher Unterstützt die gewerkschaft Da ist der Wir haben Wir haben auch Rechte Nieder mit den Corleone Schnappen wir uns den Kerl Lust ihr macht uns keine Angst Wir lassen uns nicht einschüchtern Du kannst uns nicht einschüchtern Alter ich mach die alle So reicht das? Ja Du bist hier noch hauen? Ja Ja So geht's einfach mal Ja Ja Wir kommen mit Und wir gehen jetzt speichern Ja Ja So geht's einfacher Ja Anwesend. Das wird jetzt genervt. Ja, ich fahre zum Anwesen und dann speichere ich. Eine Nebenaufgabe haben wir noch mitgenommen. So. So, Leute. Ich war bei der Nase die ganze Zeit. Sorry dafür. So. Leute, das war's mit dem Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns dann mal in meinem nächsten Part dann wieder, wenn es wieder heißt, der Part, die Donnen-Edition. Ciao, Leute.